Das ist ein Schimmel, das riecht gleich unangenehm so nach Katzenbisschen. Es wird sogar im Schlafzimmer geraucht, also die bleibt gar nicht draußen. Das ist vorsichtig. Raucht werden darf hier auch, obwohl kein Raum in dem Nüchte raus wird. Das wird hart. Das ist sauernd, dass wir vielleicht auch können, bevor die Toastmama rein darf. Ganz ehrlich. Wenn ich mir doch nicht meine Kinder jetzt in meiner Wohnungswohnung, dann darf ich nur kaputt werden. Oh mein Gott. Oh ne. Sauber. Anlass. Ebenfalls da wieder. Vorsicht. Sitten Alarm. Es wird sich das Kinn an. Super. 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 Super klasse. 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 Auf Halberstrecke zwischen Uerbach und Schwäbisch-Münd, in die Bärchen-Piednitz, wird getauscht und es kommt erst die Abtasten. Ich habe keine Ahnung, wie sie aussieht und wie sie aussieht. Ich hoffe, dass sie dann vermeintlich ist.